Jo moin Leute, willkommen zu Penny.de mit den Predictions Season 20, 22, 23, 36. Spieltag. Los geht's. Alle Spieler live bei Magenta Sport. Heute um 19.30 Uhr. Augsburger Panter gewinnt 6 zu 2 gegen Löwen Frankfurt. Dank Wisley Wolfsburg schlägt ERC Ingolstadt 3 zu 1. Isalone Rustas unterliegten Adler Mannheim 1 zu 2 nach Overtime. ERC Red Bull München schlägt Düsseldorfer EG 2 zu 1 ebenfalls nach Overtime. Dann Bietigam Stielers unterliegen Nürnberg Eistigers mit 2 zu 5. Pinguine Bremerhaven schlagen Eisbären Berlin 6 zu 2. Und Kölner Heier gewinnen gegen Straubing Tigers 5 zu 1. So das, was mit den Predictions am 36. Spieltag der Penny.de.de. Saison 20, 22, 23, so lassen, leichter lassen, ob oder gut, ob geht's.